So ihr Lieben, jetzt habe ich wieder einen richtigen guten Geheimtipp für euch. Was ich sage, wenn du unterwegs bist, fahr die Nebenstraßen, fahr da lang wo nicht die ganzen Touri-Tracks langfahren und dann halt einfach mal an wie hier in so einer kleinen Taverne und ich sage euch was, das ist richtig, richtig toll hier. Gleich gibt es einen leckeren Lunch. Ich nehme euch mal mit, zeige euch ein bisschen was von der kleinen Location hier und vielleicht bekommt ihr Lust, eines Tages mal hier vorbeizufahren. So, jetzt geht es hier rein. Achtung, die Trepper runter. Na gut. So, da war schon die litte Dame. Da hinten sitzt Maria. Schaut mal hier. Einfach eine richtig, richtig coole Location. Aufblick wie im Märchen. So, kleiner Geschmack für euch hier mal. Schaut mal hier. Grieg Salet Feta. Frisches Brot. Frisches Hatziki. Gleich kommt noch ein bisschen Gemüse. Ich glaube, wir haben mal wieder viel bestellt. Aber alles vegetarisch. Von daher gar kein Problem. Und es sieht ja so lecker aus. Ja, das Bier ist auch gut. Schaut mal hier. Ein Blond Ale. Ich glaube, ein Kraftbier, glaube ich. Aber nicht so stark. Passt gut zu essen. Ja. Da gibt es doch gleich mal einen Daumen für. So, der Lunch ist nun komplett. Schaut mal hier. Bohnen mit Spinat. Uh, frisch gekocht. Alles vegetarisch. Alles für mich. Ach, nichts ist alles für dich. Du könntest mal dran probieren. So, ihr dürft auch dran probieren. Da. Jetzt kommt mein Laden vom stand Dragon. Aufbau um Pinatinけれ falando. Saat吃 nay. Rot und Bier. Nostimo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020